Musik Guten Morgen, ähm, Entschuldigung, dass ich zu spät gekommen bin. Ich hab verschlafen. Steve, das ist dein erster Schultag. Zu spät kommen, ich durfte sogar extra etwas länger schlafen und dann zur Schule. Ich komm nie zu spät. Ich hab immer meine Uhr dabei, weil ich ein laufendes Handy bin und du hast keine Uhr. Eine Stunde später. Ich hab keine Lust mehr auf den Unterricht. Kackunterricht. Ding, dang, dang. Ja, ich hab mich geirrt. Ich hab mich verlaufen. Ich benutze jetzt mein GPS. Musik Ich hab mich geirrt. Untertitelung des ZDF, 2020